Ich habe gestern einen Termin gehabt mit Patrick Jürgen und das ist gut, er ist nach München gekommen. Wir haben lange zusammen geredet und von dieser Situation, was passiert nach dem Spiel in Dortmund. Natürlich war es für mich falsch, was ich gemacht habe. Ich weiß, es war immer schwierig nach dem Spiel, weil ich auch sehr emotional war. Ich habe auch gestern zu Patrick gesagt, Entschuldigung für ihn und seine Familie. Ich hoffe, jetzt alle Sachen sind vorbei und es war wichtig für mich und für ihn auch gestern diese Besprechung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.